Ich glaube, jetzt ist eh egal. Oh. Tja. Habt ihr ernsthaft geglaubt, ich komme unvorbereitet in eure Stadt? Okay, wo steckst du? Du wirst mich nicht finden. Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Tut mir leid, ich bin aus Versehen auf ihn gestolpert. Einmal wieder wechseln. Nee, diese Idioten, sie töten. Da, Munition, dankeschön. Tja, dem Hund ist nicht mehr zu helfen. Das wollte ich auch nicht. Du. Ich konnte es jetzt leider nicht verhindern. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal, Ellie muss sich verarzten. Und wir wissen alle, dass der Biss nicht so schlimm ist. Hoffe ich. Danke. Sonst ist hier nichts. Ich bräuchte noch ein paar Schuss Muni, das wäre gar nicht schlecht. Aber ich glaube, dass wir die heute nicht bekommen. Tickets und Information. Okay. Den Gleisen entlang in einem großen, runden Haus. Okay. Der ist geladen. Die ist geladen. Die können wir nachladen. Ein schönes Gewehr hat Ellie jetzt. Eine Sniper, die haben wir auch noch. Okay, wunderbar. Die ist auch geladen. Aber leider nicht so viel Muni, wie ich es gerne hätte. Okay. Dann brauchen wir also nicht zu 2425 Konstanz, sondern zu dem großen, runden Gebäude. Da vorn. Solange die hier keinen Scharfschützen haben, ist mir das alles egal. Ich glaube, da ist jemand. Ich guck mal. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So ist brav. So ist das brav. Oh, die ist besser. Das nehmen wir mal. Ich glaube, da können wir auch wohl noch ein Zielfernrohr draufsetzen. Das wäre richtig geil. So, und dann... Da ist auch mit Sicherheit Munition drin. Muss ja nicht viel sein, aber so ein bisschen. Okay, die mit Helm fressen leider zu viel Munition. Leider. Das ist ein großes Problem für uns. Danke, 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 danke. Verpiss dich, du Scheißhund. Verpiss dich, du Scheißhund. Da oben! Pete, läuft auf! Fuck! Okay, das haben wir jetzt aber verdient. Da waren wir zu schnell. Okay, das sind eindeutig noch mehr Leute. Ich wünsche, wir hätten für diese Waffe einen Schalldämpfer. Ach, da stehen noch welche. Okay, dann ist das hier definitiv die falsche Taktik. Sondern dann sollten wir uns auf jeden Fall von hier vorne anschleichen. Okay, also fängt diese Gruppenbildung wieder an. Naja, okay. Ist ja auch irgendwie verständlich. Ich meine, ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn ich in der Situation wäre. Mir wäre es eigentlich ganz lieb, wenn wir den da vorne mit dem Helm irgendwie lautlos töten könnten. Aber ich glaube, das wird nichts. Es sei denn, dass er jetzt zurückkommt. Dann könnten wir ihn vielleicht greifen. Komm doch her. Komm her. Komm ran hier. Los. Jetzt wird es bald. Komm doch. Er mit seinem Scheißhelm. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Die Munition nehme ich gerne. Danke. 20 Schuss gehen rein. Das ist nur einer. Okay, dreh dich um. Und ich jag dir ein schönes Loch in den Kopf. So, ist brav. Danke. Ich habe mal eben euren Waffenshop hier geplündert. Ich hoffe, das ist okay. Ich meine, ihr braucht es da sowieso nicht mehr. So, so, so. Danke. Da ist das eindeutig besser. So. Okay, das sind zu viele Kugeln. Das waren viel zu viele Kugeln. So sehe ich auch dieses geschallgedämpfte Mag... Äh... Gewehrliebe, aber... Das waren leider zu viele Kugeln. Was war das? Ich gehe mal nach weg. Nix. War nix. Komm nur her. Komm rein. Mist. Okay. Komm nur her. Komm. Worauf wartest du? Verdammter Mist. Ganz leise. Ganz leise, mein Freund. Und ich glaube, die haben eine Polizeiwache überfallen oder sowas. Also ausgeraubt. Wobei ausgeraubt kann man gar nicht mehr sagen. Sondern wir sagen einfach mal geplündert. Ähm. Ellie, das tut mir leid, aber... Rattlers. Rattlers. Neuer Tagebrauintrack. Okay, da gucken wir gleich mal rein. Scares, Wolfs, Fireflies. Zur Hölle mit ihnen. Ja. Fuck those groups. Ja, definitiv. Okay. Gibt's hier irgendwo noch Munition für dieses geile Gewehr mit Schalldämpfer? Ich denke mal, hier geht's weiter. So. Mal gucken. Was haben wir hier? Und ich hab ernsthaft gedacht, als wir auf der Farm waren, also auf Ellie's und, äh... Also in Ellie's und Dinas Haus, dachte ich ernsthaft, das Spiel merkt sich dem Ende. Aber dass das noch so weit, äh, weitergeht, hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Ja gut, The Last of Us 2 wird wahrscheinlich Ellie's Rache-Feldzug sein. Ganz einfach. Sie will Rache für Joels Tod. Und zwar bis zum bitteren Ende. Das haben wir damals in Seattle gesehen. Nur ich hoffe, dass es dieses Mal etwas anders laufen wird. Oh, Scheiße. Das ist das große Runde-Gebäude. Da kommen wir doch niemals rein. Scheiße. Tja, Ellie. Das weiß ich auch noch nicht. Oh. Was haben wir hier denn? Hey, Rattler. Hier ist Mackenzie. Ich bin draußen. Frei. Mein Mann starb, während er euren verdammten Tomaten pflückte. Wir sind nicht nur ein Puff. Einzelne versprengte. Ich komme mit den anderen wieder. Eure Zeit wird kommen. Tja. Du hast es nicht ganz so weit geschafft, kann das sein? Mackenzie. Okay, wir haben zwei Medikits. Das ist auch gut so. Ich wünsche dir nur für unser schallgedämpftes Gewehr hätten wir noch ein paar Kugeln. Hallo. Hi. Komm schon, komm schon. Du schaffst es. Noch ein kleines Stück, Kumpel. Lass ihn in Ruhe. Er spürt doch nichts. Ja, scheiß drauf. Ich hatte ihm genau das versprochen. Das ist so ein abartiges Hobby. Jetzt wirst du bestimmt lieber nicht gebluten, oder? Entschuldigen. Ist da noch irgendwie was? Da steht noch einer rum. Fuck. Die Band dann. Ich weiß leider nicht, wie viele es sind. Scheiße! Da unten! Fuck. Ich hab sie! Ach. Wo kommen die denn her? Die hab ich gar nicht gesehen. Ja gut, das war's. Ja, komm. Er schießt mich. Alles gut. Macht man. Jo. Gut. Oben drauf stehen auch noch welche. Die sollten wir vielleicht zuerst ausschalten. Gut. Okay, wir wurden noch nicht entdeckt. Das wäre die letzte Option, würde ich sagen. Munition anfertigen. Normale Pfeile reichen, ja. Okay. Das heißt, wir können hier ruhig jetzt mal vier Pfeile machen. Da oben steht noch eine. Die hab ich vorhin gar nicht gesehen. Okay, gut zu wissen. Gut. Gut. Das ist wichtig. Ich weiß nicht.